Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns mal einen echten Beratungsfall anschauen, damit ihr mal ein bisschen Einblick bekommt, hey, um was geht es eigentlich bei uns für Themen und wie helfen wir unseren Mandanten konkret. In dem Kundenbeispiel geht es um einen Unternehmer, Ende 60, der konkret circa eine Million an seine, sag ich mal, Tochter und an seine Erben weitergeben möchte. Er war dazu auch bei seiner Hausbank, wo er schon seit über 30 Jahren beraten ist, war dort allerdings jetzt zuletzt immer mehr enttäuscht von der Beratungsqualität und der seiner Meinung nach mangelnden Transparenz hinsichtlich der Produktauswahl und auch Vorauswahl. Generell, und so geht es wahrscheinlich den allermeisten gutverdienenden und auch Unternehmern, ja, man hat in Deutschland immer dieses Ärgernis der Steuer. Also man hat einmal Geld verdient, versteuert das mit recht hohen Einkommensteuern und wenn man dann ins Risiko geht, Geld investieren möchte, muss man in der Regel nochmal dann Steuern auf Verträge bezahlen. Und auch das war ein Thema, was ihn stört und auch das werden wir heute etwas genauer beleuchten, ob es hier nicht auch Möglichkeiten gibt, einfach ihn und seine Familie hier besser zu stellen. Mein Name ist Thorsten und wir bei Team Bestment unterstützen, leitende Angestellte, Unternehmer und Geschäftsführer dabei, langfristig ihre Ziele zu erreichen. Bei uns gibt es keinen generischen Content, sondern Real Talk, das heißt Zahlen, Daten und Fakten rund um das Thema Finanzen und langfristigen Vermögensaufbau. Ja, kommen wir zum konkreten Kundenfall. Der Kunde ist wie gesagt Unternehmer, ist Ende 60 und hat konkret eine Tochter und die hat auch schon wiederum zwei Kinder, also hat auch zwei minderjährige Enkel. Seine Ehefrau ist leider kürzlich verstorben und entsprechend in diesem Umfeld ging es jetzt darum, ein gutes Konzept aufzusetzen, wie er denn für seine Tochter und für die Enkel später mal gut Geld anlegen kann, weil er selbst auch noch genügend Liquidität hat, Immobilien und so weiter. Und es ging jetzt erstmal konkret um diese eine Million, was wir damit machen können. Die Wünsche von ihm waren in erster Linie erstmal die, dass er da eine gewisse Transparenz möchte, weil das hat ihm bei der Hausbank gefehlt. In dem Moment, er hatte einfach den Eindruck, dass es dort kein wirkliches Konzept gibt, sondern ihm immer nur Produkte beraten oder verkauft werden und da wollte er halt von weg. Entsprechend möchte er auch eine gewisse Flexibilität haben bei der Anlage. Er möchte im Endeffekt schon mal vorab seine Erbschaft planen, also einen Vermögensübertrag, wie man den gestalten könnte. Und er hat natürlich auch das Ziel, gewisse Steuerprivilegien, Freibeträge heute schon zu nutzen. Bevor wir jetzt in die Lösung reingehen und auch etwas detaillierter vorgehen, was wir jetzt dem Kunden konkret empfohlen haben am Ende des Tages, lasst uns erstmal innehalten und überlegen, wie wir denn generell Investments oder Investieren, kategorisieren, klassifizieren können. Dazu gibt es in der Regel zwei Fragen, die man sich übrigens zu jedem Investment da draußen stellen kann. Die erste Frage ist die, in was wird denn eigentlich investiert? Also was schafft denn jetzt langfristig die Rendite? Und dieses Was ist quasi der Anlagekern, der Motor eures Investments. Wenn man sich dann für einen Anlagekern entschieden hat, also für den Motor, der langfristig die Rendite erzeugen soll, muss man sich überlegen, wie möchte ich eigentlich investieren? Und mit dem Wie meine ich jetzt ganz speziell, welchen Steuer- bzw. rechtlichen Rahmen ich für meinen Anlagekern benutze. In unserem Fall hier für den Kunden war eben das Ziel und entsprechend haben wir eben auch dann eine Lösung gesucht, eine möglichst kosteneffiziente und transparente Anlage am Kapitalmarkt sicherzustellen. Außerdem war wichtig, dass es trotzdem eine gewisse Flexibilität gibt. Das heißt, zum Beispiel Entnahmen sind weiterhin möglich und man kann das Ganze eben trotz dessen generationsübergreifend heute schon gestalten. Außerdem war auch nochmal relevant, dass die Kontrolle, solange der Kunde eben lebt, in dem Fall auch dann der Schenker an seine Tochter, eben weiterhin auch die Kontrolle über das Vermögen zu einem gewissen Grad besitzt. Und natürlich das Thema Steueroptimierung hat hier auch eine Rolle gespielt. Kommen wir nachher ein bisschen näher im Detail dazu, was man sich da für Gedanken machen kann zu dem Thema. Erstmal, wie sieht unsere Lösung aus? Es handelt sich um eine ETF-basierte Lebensversicherung. Was das genau ist und wie das aufgebaut ist, schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Wir haben in diesem Anlagekern ein ETF-Weltportfolio gepackt. In dem Moment nicht nur aus Aktien, sondern auch aus Anleihen. Ja, weil wir einfach die Volatilität etwas reduzieren wollten im Vergleich zu einem 100% Aktienportfolio. Um dieses ETF-Weltportfolio wird jetzt der rechtliche Rahmen eines Versicherungsmantels, speziell einer Lebensversicherung, vorgebunden bzw. ETF-basiert gelegt. Diese hat diverse steuerliche Vorteile. Wir schauen uns gleich auch ein paar Punkte dazu an. Und ermöglicht bis zum, in diesem Fall bis Endalter 100, eben einen schönen Vermögensübertrag an die nächste Generation. Wie sieht das Ganze konkret aus? Welche Vorteile hat jetzt diese ETF-basierte Lebensversicherung? Naja, einerseits können wir jederzeit das ETF-Portfolio kosten- und steuerfrei anpassen. Bedeutet zum Beispiel, wenn wir den Anleihenanteil erhöhen wollen oder wenn wir die regionale Aufteilung der Aktien-ETFs verändern wollen, müssen wir keine Steuer bezahlen. Ja, das ist ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zum privaten Depot, weil wir reden ja hier nicht von 10.000 oder 20.000 Euro, sondern eben von einer Million. Und hier ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn ich vorab Abgeltungssteuer bezahlen muss, nur weil ich etwas an meiner Portfolioaufstellung ändern möchte. Außerdem sind wie gesagt Teilauszahlungen möglich oder auch eine Auszahlung natürlich vor Erreichen des Endalters. Grundsätzlich gilt hier die sogenannte 1262-Regelung. Das heißt, nach einer Laufzeit, in seinem Fall von über 12 Jahren, gibt es auch noch weitere Steuervorteile bei der Auszahlung. Konkret, es gilt dann nicht die Abgeltungssteuer, sondern er muss die Hälfte der Erträge besteuern. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Wir haben ja davon schon gesprochen, es handelt sich hier im Wesentlichen um Vermögen, was der Kunde im Endeffekt nicht mehr plant, für sich selber zu benutzen. Entsprechend haben wir das ganze Konstrukt so gebaut, dass es bei ihm, wenn er vorzeitig, also vorzeitig, bevor er 100 wird, versterben sollte, es eine einkommensteuerfreie Todesverleistung an die Erben gibt. Und jetzt kennt jeder die Lebenserwartung. Der Herr ist jetzt Ende 60. Er geht auch tatsächlich nicht davon aus, dass er die 100 erreicht. Und wir werden uns nachher mal anschauen, was denn jetzt diese einkommensteuerfreie Todesverleistung eigentlich für die Erben mal in Zahlen und Daten und Fakten bedeutet. Schauen wir uns noch einmal ganz kurz jetzt die zwei Fragen zu jedem Investment an. Also erst mal, in was wird investiert? Was ist eigentlich der Anlagekern? Ganz klar ein ETF-Weltportfolio auf Aktien und Anleihen. Dann wie, in welchem steuerrechtlichen Rahmen wird investiert? Eben in Form einer ETF-basierten Lebensversicherung, also einem Versicherungsmantel. Bevor wir jetzt in die Detailberechnung reingehen und wie eben dieses Produkt aufgestellt ist konkret, machen wir einmal den Vergleich zur ihm vorgeschlagenen Banklösung auf. Die Banklösung in dem Moment war eine Art Vermögensverwaltung, Depot, in der eine Mischung aus diversen Misch- und Aktienfonds vorhanden gewesen wäre. Welche Annahmen haben wir hier für den Vergleich getroffen? Wir haben eben die Einzahlung jetzt mit um 60, eher Ende 60 und den Tod mit 90 angenommen. Die Rendite ist 5% pro Jahr am Kapitalmarkt vor Kosten. Warum nur 5%? Naja, weil wir kein 100% Aktien-ETF-Portfolio hier investieren. Die Kostenlast bei der Bank lag bei ca. 1,7% pro Jahr und in unserer Lösung bei auf jeden Fall unter einem Prozent, eher bei 0,8% pro Jahr. Plus, dass es eben bei uns im Rahmen dieser Lebensversicherung eine einkommensteuerfreie Todesverleistung gibt, sollte er wirklich schon mit 90 oder eben vor dem Erreichen des Endalters von 100 versterben. Kommen wir zum Konzept, also wie ist jetzt so eine Lebensversicherung konkret aufgebaut? Bei einer Lebensversicherung muss man im Endeffekt zwischen drei Parteien unterscheiden. Einmal dem Versicherungsnehmer, der versicherten Person und der Person, die das Bezugsrecht später mal hat. Der Versicherungsnehmer ist zu 100%, also das heißt, der Kunde ist erstmal alleiniger Versicherungsnehmer. Die versicherte Person, dabei ist auch der Kunde, also der Schenker, aber bezugsberechtigt im Falle seines Todes zum Beispiel wäre später mal seine Tochter. Kommen wir an der Stelle zum Vergleich zwischen der vorgeschlagenen Banklösung, also einem Depot und einer Vermögensverwaltung, hin zu unserer Lösung im Rahmen dieser Lebensversicherung. Und was haben wir jetzt dazu gemacht? Wir haben ein sogenanntes finanzmathematisches Gutachten erstellt, wo eben alle Kosten und auch alle steuerlichen Effekte mit einberechnet werden können. Zu den steuerlichen Effekten zum Beispiel gehört eine V-A-Pauschale im Depot oder eben gewisse Steuerbelastungen bei V-Wechseln, die zum Beispiel auftreten können im Laufe der Zeit eben. Schauen wir uns die Zahlen doch an der Stelle einmal kurz im Detail an. Wir haben einmal links eben das Bankprodukt, das Depot und rechts die ETF-basierte Lebensversicherung. Jeweils wird eine Million Euro heute investiert. Wir unterstellen eine Laufzeit bzw. einen Tod nach 30 Jahren Laufzeit von diesen Produktvarianten. Wir sehen dann die Kosten, die im Bankdepot anfallen und eben die Kosten, die bei uns anfallen. Da ist dann alles dabei, die Verwaltungskosten des Depots, der Versicherung, der ETFs oder der sonstigen Fonds. Also wirklich alles ist da mit drin. Auch unser Betreuungshonorar, unser Vermittlungshonorar, alles ist wirklich in den Kosten schon enthalten. Dann sehen wir die Kosten bzw. den Ertrag nach Kosten und dann eben das Vermögen nach Steuern und natürlich auch einmal Vorsteuer. Warum das relevant ist, müssen wir uns gleich anschauen. Und eben dann die Netto-Rendite, die jetzt eben die nächsten Jahre innerhalb dieser Produktlösungen konkret erzielt werden kann. Jetzt haben wir vorhin schon kurz das ganze Thema einmal angeschnitten und uns angeschaut, dass wir eben in dieser Lebensversicherung eine einkommensteuerfreie Todesverleistung haben. Was bedeutet das denn jetzt aber wirklich nach Zahlen und Daten und Fakten? Naja, wir müssen jetzt in dem Moment, wo der Kunde versterben sollte und dann quasi die Tochter das Bezugsrecht hat, uns anschauen, wie viel fließt denn der Tochter zu an Vermögen. Das wäre in dem Fall vom Depot knapp 2,6 Millionen Euro und im Falle der Lebensversicherung 3,5 Millionen Euro. Jetzt ist es aber so, dass man sich auf die Erträge, die anfallende Abgeltungssteuer, dass die quasi mitgegeben wird an die nächste Generation. Das heißt natürlich, die Tochter müsste bei Auflösung des Depots oder irgendwie einer Anpassung des Depots nochmal knapp 350.000 Euro Abgeltungssteuer on top bezahlen. Bei der Lebensversicherung ist es so, das Ganze ist eine Todesverleistung und die ist in dem Moment einkommensteuerfrei. Das heißt, wir schaffen hier einen Mehrwert für die Erbe in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro. Einfach nur deshalb, weil wir uns eben dieser Mantel der Lebensversicherung bedienen und das Ganze langfristig einmal planen an der Stelle. Hier auch mal der Hinweis, ja, das ist heute eine ganz allgemeine Betrachtung. Ja, es ist eben keine konkrete Steuer- oder Rechtsberatung. Darauf muss ich einfach hier hinweisen an der Stelle. Machen wir mal einen kleinen Exkurs. Ja, wir hatten ja gerade das Thema, dass versicherte Personen und Versicherungsnehmer ein und dieselbe Personen sind. In dem konkreten Fall des Kunden kann man das Ganze noch etwas besser stellen und auch nochmal etwas optimieren. In dem Fall reden wir von einem Versicherungsnehmer-Split. Was bedeutet das? Naja, der Kunde schenkt heute schon an seine Tochter im Rahmen der gültigen Freibeträge Geld. Reduziert einfach in Zukunft bei seinem Tod die Erbschaftssteuer, die dann natürlich nicht vermeidbar ist. Wie sieht das Ganze konkret aus? Naja, wir haben eben einen Versicherungsnehmer-Split. 60% verbleiben beim Kunden, 40% gehen heute schon an die Tochter. Das ist de facto in dem Moment eine Schenkung von 400.000 Euro. Übrigens, das ist auch der aktuell gültige Freibetrag innerhalb von 10 Jahren zwischen Vater- und einer Tochterbeziehung. Versicherte Person ist weiterhin der Kunde und Bezugsrecht liegt auch weiterhin bei der Tochter. Was sind jetzt konkret die Vorteile von eben diesem Versicherungsnehmer-Split? Naja, wir nutzen einmal damit, wie schon angesprochen, die Schenkungsfreibeträge aus. Die Kontrolle bleibt dennoch beim Kunden, also beim Schenker, beim Unternehmer. Und wir generieren, wenn der Kunde eben vor Ablauf der Lebensversicherung stirbt, immer noch die einkommensteuerfreie Todesverleistung. Und die ist jetzt, wie gesagt, bei den Anlagebeträgen circa eine Million Euro wert, wenn nicht sogar mehr. Ja, kommen wir an der Stelle zu einer kurzen Zusammenfassung. Also, bitte macht euch frühzeitig Gedanken über euer Erbe und plant hier langfristig über Generationen. Nur dann könnt ihr wirklich Gutvermögen aufbauen, die Inflation deutlich schlagen und langfristig Steuern sparen. Beachtet auch bitte immer, dass es im Depot zu einer möglichen Doppelbesteuerung kommen kann, die man definitiv vermeiden kann. Nutzt außerdem Schenkungsfreibeträge frühzeitig und regelmäßig aus. Das heißt, alle zehn Jahre in dem Beispiel hier 400.000 Euro. Prüft oder lasst für euch ganz individuell einmal prüfen, welche steuerlichen Vorteile denn solch eine Lebensversicherung generell für euch haben kann. und entscheidet dann, wie ihr am besten euer Geld langfristig anlegen solltet. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, auch heute waren wieder einige spannende Informationen für euch dabei. An der Stelle, wie immer, der Hinweis, ja, gebt Vollgas im Business, in der Karriere, folgt eurer Passion, ja, rund um Finanz- und Versicherung sind wir da. Und dann, wie immer, der Hinweis, ja,